Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, als Bonner Bundestagsabgeordnete heute dieses Grußwort an Sie zu richten. Beethovenfest 2022. Musik, Kultur, Inspiration, Gespräche, Miteinander feiern. Beethoven als Inspiration für viele Künstlerinnen und Künstler. Gerade in den letzten Jahren haben wir gemerkt, wie wichtig Kultur, Musik für unser Zusammenleben ist. Ich freue mich sehr, dass das dieses Jahr wieder möglich ist und bin gespannt auf die vielen verschiedenen Beiträge im Rahmen des Beethovenfestes. Für Bonn bedeutet das Fest, dass Menschen aus aller Welt hierhin kommen, um gemeinsam mit uns dieses Fest zu begehen, neue Interpretationen zu hören, Klassisches zu hören und gemeinsam Musik zu feiern. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns ein wunderschönes Beethovenfest 2022. Genießen Sie die Musik, genießen Sie die Kultur und genießen Sie Bonn.